Wir wünschen euch ein erstes Mal ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2024. Ein gesundes neues vom ganzen Team her natürlich. Und hoffen, dass alles, was ihr euch vornehmt, fotografisch, dass ihr das auch umsetzen könnt. Und wenn nicht, ihr einfach anrufen und wir helfen. Heute eigentlich, warum wir heute zusammengekommen sind, ist es einmal, um das Jahresprogramm vorzustellen. Allerdings ist das ein bisschen gelogen. Das heißt, wir stellen die ersten sieben Monate vor. Und auch da kann man noch nicht alles komplett vorstellen, weil manche Termine uns noch fehlen. Wie zum Beispiel die Reisen, um dann den Sebastian vor Ort in Wetzlar zu besuchen. Da fehlen uns noch die Termine. Das sind wir gerade im Abklären mit Leica. Und ja, ein paar Sachen, die sich dann auch kurzfristig ergeben. Die Donnerstalks, die werden ja auch immer so Monat für Monat vergeben, die sich manchmal fällt auch jemand aus. Dann können wir spontan noch jemanden reinnehmen. Erbstreise, das Thema. Genau. Das wird alles kommen. Aber so das erste halbe Jahr ist doch gut abgedeckt, oder? Ja. Genau. Da kann ich schon mal auch nochmal hier in meiner neuen Funktion nochmal vorteasern, dass das allernächste Event nach diesem Donnerstag ist nächste Woche. Mittwoch gibt es im Leitzpark einen schönen Vortrag. Plädoyer für die Unschärfe von der Pia Parolin. Einige, die hier im Donnerstag waren, die kennen es schon. Und die Pia ist auch im Leitzpark zum Anfassen dabei. Mittwochabend, 19 Uhr. Ihr könnt euch über die Leica-Welt-Seite anmelden dazu. Vortrag ist kostenlos. Kommt einfach rum. Habt ein paar nette Gespräche und genießt es. Und dann geht es weiter hier in Nürnberg. Genau, so ist es, ja. Der Chris stellt uns jetzt mal das Jahresprogramm vor. Also Chris, schön laut sprechen. Und wir haben noch ein Mikrofon für alle. Ich mache uns jetzt mal groß. Und wir sind auf der 4 wahrscheinlich. Nein, auf der 4. Gut, die Wahrheit liegt in der Mitte. Genau, ja. Also wie es der Jan schon gesagt hat, das ist jetzt erst mal das Jahresprogramm, das erste und zweite Quartal bis Juli. Ja. Genau, also ein bisschen mehr wie das erste und zweite Quartal, weil wir ja dann noch mit Michael zusammen die Leica-Erlebnistage vorstellen, die dann auch ab sofort oder ab sofort ab sofort buchbar sind. Ja, gut. Da haben wir den im Januar haben wir die Donnerstalks. Jetzt haben wir am 11. natürlich die Teamvorstellung, Jahresprogramm. Am 18. haben wir das DEM-Kollektiv. Das sind vier Frauen hier aus der Region in Nürnberg. Die erzählen ein bisschen was über ihre Art der Fotografie, über ihr Kollektiv und auch über haben auch ein paar Ausstellungen noch dieses Jahr geplant. Ja, das findet dann nächste Woche statt. Gibt es was für einen Terminkalender, ne? Die sind ganz schön aktiv und ich finde es auch gut, dass da mal hier die Männerdomäne noch ein bisschen aufgebrochen wird und dann mehr Frauen reinkommen. Das stimmt. Ja, und dann der letzte Donnerstag im Monat, den hatten wir ja schon überlegt, dass wir den immer mit einem Analog-Thema befassen. Der Analog-Talk, den habe ich jetzt nur den Chris Frenz, der steht noch nicht sicher, wer dann genau mit den Analog-Talk macht, aber der findet am 25. wenn wir auf jeden Fall ein analoges Thema bespielen. Du bist ja in Fürth im Analog-Store, da haben wir sehr viele Kompetenzen und jeder hat kann da mal ein anderes Thema zum Besuch geben und hat auch seine Spezialitäten. Da wird der Beste ausgewählt, der dann hier sitzt. Genau. Und dann geht es weiter mit den Workshops im Januar. Da haben wir am 90. und 20. haben wir den Oliver Richter von der Leica Akademie hier. Der geht zum Thema die Q2 Monochrom, Leidenschaft in Schwarz-Weiß. Der Workshop ist leider zur Zeit schon ausgebucht, ausverkauft. Wer daran teilnehmen möchte, kann da kurze Mail schreiben. Falls ein Platz frei wird, können wir da noch kurzfristig rein, aber im Moment ist er. Auf wie viel Spiele war der begrenzt? Acht. Acht bis so. Acht bis so. Das ist ja auch ein Workshop, der ist über die Leica Akademie zu buchen gewesen und wir haben den quasi mit supportet. Wobei man sagen muss, wir hatten den gar nicht auf der Homepage, weil der war schon ausgebucht, bevor wir das bei uns eintragen konnten. Also nur das, falls er jetzt suchen anfangt bei uns, den hätte es nie gegeben, weil der schon quasi weg war, bevor wir den verkaufen konnten. Dann noch die Veranstaltung, was wir noch im Januar haben. Am 26. 27. haben wir den Artist Talk bei uns, der leider vom Dezember, weil der Andreas leider erkrankt ist, muss man den jetzt seit dem Januar verschieben und da haben sich auch noch viele Leute haben sich da schon angemeldet. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele freie Plätze wir noch haben, aber falls da noch Interesse besteht, müsste schnell sein. Dann den Februar Veranstaltung haben wir dann am 1. direkt den Stammtisch bei uns im Store. Mit Live Cooking? Mit Live Cooking, ja. Ja, und dem Johannes, der Protagonist, kann sich ja noch mal zum Wort melden dazu. Ja, dem... Ja, die Die Thematik Kaiserschmarrn hat mich natürlich ereilt, als wir im Allgäu waren und ein Kollege hatte gegenüber von mir einen Kaiserschmarrn bestellt und der hat etwas trocken ausgeschaut und hat wohl auch so geschmeckt. Daraufhin meinte ich, ich könnte den besten Kaiserschmarrn machen. Ja, und schon war ich dran. Also, ich werde ihn machen und werden wir mal schauen, ob alle satt werden. Ja. Und ob es auch schmeckt, ne? Das ist... Wer Rosinen nicht mag, der müsste eine Extra-Eingabe machen, dass man eine Portion ohne Rosinen macht. Genau, und das wird sicher schmecken, Johannes. Ja. Weil als Österreicher ist man ja eh prädestiniert, einen Kaiserschmarrn zu machen. Du hast jetzt ja auch ein paar Jahre Zeit gehabt, zu üben. Wir haben auch viel Schmarrn gemacht, nicht nur Kaiserschmarrn. Und wir werden dich dabei auch tatkräftig unterstützen. Ja, ich denke auch, dass das klappt. Also, es wird live vor Ort dann im Leica-Store wird gekocht, im hinteren Raum. Und da könnt ihr dann immer portionsweise euren Kaiserschmarrn haben. Ja, wenn die Hälfte übrig bleibt, Johannes, dann wissen wir, er war's. Dann werden wir eigentlich die nächsten drei Monate nicht mehr zum Leica-Store kommen. Ja, sagt es. Also. Ah, ja. Also, dann geht es weiter mit den Donnerstorks im Februar. Da haben wir der erste, der achte, zweite Grundeinstellung bei der Leica Q. Genau, im Prinzip zeigen wir euch, wie wir bei Q3 zeigen wir natürlich, weil diese immer die Leute jetzt immer mehr und mehr ausgeliefert kriegen, was man erst mal einstellen muss, ja, wenn man die Kamera neu hat, was unbedingt eingestellt werden muss, wie man es mit der App verbindet und dann, was noch gut ist, was zu wissen ist und so weiter. Ja, also, es ist ja viele Sachen, die sind auch bei der SL und M von den Menüpunkten gleich, ist es für alle interessant und auch M-Fotografen haben oft als Zweitkamera eine Gru, und wenn nicht, wird es bald noch so weiter. Weil da geht es doch mal schneller. Ja. Der zweite Donnerstork, was wir dann haben, wäre am 15.02. das Zonensystem in der Digitalfotografie. Ja, also im Gegensatz zum Analogen von Ansel Adams, unterscheidet sich ja das von der Technik her und von dem System her in der Digitalfotografie und das zeigen wir dann ausführlich auch mit dem Beispiel. Ja. Und da sind wir dann am 22.02. gibt es dann zum Donnerstork eine kurze Einführung im Videoschnitt. Also, wenn man jetzt mit einer SL oder Q oder auch mit den Kompackkameras von Leica filmt, wie man dann das Material verarbeitet, gebe ich so eine kurze Einführung. Ja, also im Prinzip haben wir das deshalb gemacht. Die meisten von uns sind ja alle Voregrafen. Aber das Video ist eigentlich auch eine wunderbare und tolle Sache, die wir oft vergessen und total unterschätzen beziehungsweise die meisten sich dagegen sträuben, weil das Bearbeiten der Bilder, wir haben ja da keine, wir haben doch auch Bilder eigentlich, aber das Videomaterials ist ja noch einmal eine Sauarbeit. Jetzt kennen wir uns gerade mal mit unseren Programmen aus für die Bildbearbeitung. Aber Video ist noch mal ein anderes Thema und da ist uns der Chris natürlich fit. Ja, und da zeigen wir das, wie einfach das eigentlich funktioniert mit dem Videoschnitt. Und damit ihr mal seht, aha, da kann ich was mitmachen, da machen wir das Thema Video. Und gerade für die SL- und Q-Fotografen, die Funktion ist ja in der Kamera drin und die sind ja auch hervorragend, um euch ein wenig zu begeistern und vielleicht auch mal ein Filmchen zu drehen. Ja, wir hatten ja in der Vergangenheit, also im letzten Jahr, hatten wir ja Videoschnitt oft als Thema. Und obwohl wir es versucht haben, mit verschiedensten Protagonisten schon so einfach wie möglich zu halten, haben die Menschen immer hinterher gesagt, das war doch komplex und dann kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste und das ist wirklich ganz einfach runtergebrochen, wie man ganz blitzschnell mit seinen Videos eine ordentliche Qualität rauskriegt hat. Genau, und da braucht er auch keine Angst haben, weil der Chris ist uns natürlich da meilenweit überlegen, aber ich sitze ja daneben und bremse den schon immer ein, weil ich ja auch keine Ahnung davon habe. Gut, dann geht es weiter. Ja, und dann am Ende des Monats hätten wir eigentlich den Analog-Talk, aber da ist jetzt ein anderes Thema, der letzte Tag vom Sebastian. Ja, genau. Im Leiterstor und am Bad natürlich. Im Leiterstor und am Bad natürlich. Wir wollen, dass er noch ein wenig länger lebt, ja. Letzter Tag hat sich so schlimmer. So endgültig, ne? Ja. Genau, dann geht es weiter im März. Die Donnerstorx im März. Da haben wir am 14.03. die spiegellose Systemkameras-Vorteile und dann am 22. von Mittelformat auf die Leica MP wechseln. Da wird der... MFP. MFP, Entschuldigung. Und da wird der Andi eine kurze Einführung geben, was ihn bewegt hat, von seinem Mittelformat zu sehen. Das war richtig interessant, ja. Um die MFP zu machen. Im Prinzip ist das ja, erklärt der Andi, der ja immer mit seinen Face-One-Rückteilen oder was das war, dann mach ich da. Ewig kompliziert. Man musste immer mit dem Laptop rumrennen. Er ist jetzt doch... Er hat jetzt sich doch mal überlegt, was Gescheites zu kaufen in seinem Leben, was werthaltig ist, wo man nicht das Geld gleich im Kamin verbrennt. Er hat sich eine Leica MFP gekauft und erzählt im Prinzip, wie es ihm so ergangen ist mit der Leica und welche Vor- und Nachteile das Ganze hat. Wird auch super interessant. Das kennt ihr ja, den Titel haben die Läuterung. Ja. Dann geht's 28.3. Da haben wir das Thema JPEG oder RAW-Fotografie. Profi. Ja. Das ist der Unterschied, da zeigen wir kurz der Unterschied, woran es liegt, an wie viele Farben wo was zur Verfügung stehen und wie weit welche Bearbeitungen gehen. Ja. Also was kann ich aus dem JPEG noch bearbeiten und was für Ressourcen hat man im RAW noch. Ja. Beim Videoschnittprogramm, weil gerade die Frage im Chat kam, welches Programm nehmen wir da? Also von DaVinci Resolve gibt es eine kostenlose Variante, die kann auch jeder benutzen, ohne zu bezahlen etwas. Dann würde man wahrscheinlich mit dem arbeiten. Also da gibt es ja zigtausende wahrscheinlich Videoschnittprogramme. So die gängigsten sind ja dann Premiere Pro, Final Cut und sowas. Ja, oder auch die Vollversion von DaVinci. Das sind eigentlich so die drei größten Programme, die bis hin in das Vollprofessionelle gehen. Also auch das DaVinci ist ein vollprofessionelles Programm. Und die kostenlose Version hat da nur sehr wenig Einschränkungen. und das soll ja so ein Einsteigerkurs sein und darum nehmen wir das, weil da kann jeder kostenlos einsteigen. Muss ich nicht erst mal für ein paar hundert Euro ein Programm kaufen. Ja. Gut. Dann Veranstaltung am 1.2. Das ist ein falsches Datum. Im März 1.3. Wie heißt der? Ist das der 1.3.? Ist das der 1.3.? Naja, wir waren im März, ne? Ja, 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 ja. Muss ich jetzt mal schauen. Der 1. wäre Freitag. Und wieder ist es dann der 7. Und so ist es. Der 7. ist es. Der 7. ist es. Genau, weil die Veranstaltung ist ja schon gebucht. Gleicher stammt die 7. Genau, das heißt, am 7.3. sind wir im ABC-Bunker. Wir schauen, ob der jetzt schon besuchbar ist unter dem Hauptbahnhof. Das ist der größere. Der ist zwar im Notfall, falls irgendwas passieren würde, würde der geöffnet werden. Zum Besichtigen gibt es aber noch feuerschutzbedenkliche Bedenken. Das heißt, die Feuerwehr hat es nicht erlaubt, dass da Besucher rein dürfen. Aber, und der zweite liegt, was auch die wenigsten Nürnberger wissen, unter der Fußgängerzone bei der Breiten Gasse in der Nähe. Und sonst besichtigen wir den. Das heißt, da gibt es keinen Stammtisch bei uns im Store selber. Also wir treffen uns da, trinken wir Bierchen zusammen und dann gehen wir in die Nürnberger Unterwelt. Genau. Also ein Wegbier mitnehmen. Ja. Ich hoffe, ihr habt Albrecht Dürer auch gelernt. Zum Thema Wegbier, das Ganze gibt es auch in der lustigeren Version. Das heißt dann Fußbills. Gut bei Ihnen. Ah ja. Ja. Dann eben Donnerstalks, die Donnerstalks im April. Da haben wir den ersten Donnerstalk haben wir mit dem Videoschnitt. Jetzt sind wir dann beim zweiten Teil davon. Da geht es so ein bisschen tiefer nochmal in die Materie. Genau. Da habt ihr quasi schon mal einen Monat Zeit gehabt zum Üben. Ja. Und die nächsten Talks haben wir noch nicht geplant, weil wir treffen ja ständig Fotografen, interessante Menschen, wo wir dann mal sagen, ach komm, schalte ich mal hier dazu oder komm bei uns vorbei und mach mit uns was zusammen. Oder viele Ideen kommen auch von euch. Ja. Genau. Und darum haben wir es im Prinzip mit den Donnerstalks so durch. Ja. Was haben wir noch? Ein Workshop im April haben wir am 13.04. den Robin Diesel kam bei uns wieder. Der war ja auch schon letztes Jahr und die Jahre davor. Da sind wir jährlich bei uns Gast. Ja. Und sind sehr frische, neue, interessante Workshops. Also nimmt man immer was mit. Sehr interaktiv auch. Ja. Und dann haben wir am 4.04. Stammtisch wieder im Store. Und am 19.04. ist dann eine Vernissage-Ausstellungseröffnung. Da haben wir jetzt noch mal für die ganzen Galerie-Termine hat die Olivia uns noch mal eine kurze Präsentation gemacht. Die zeige ich dann auch noch im Nachgang. Mhm. Gut. Genau, Mai. Mai haben wir dann auch wieder am 2.5. Standtisch bei uns im Store. Und dann am 9. schon die Fotoreise nach Istanbul. Kommt am 2. schon mal mit Raki anstehen. Da habe ich drüben. Der Faisi hat uns noch einen Raki mitgebracht. Ach so. Ja. Und weil wir jetzt den schönen Übergang vom Raki zum Faisi haben. Der Faisi ist ja unser Local Guide auch durch Istanbul. Auch ein Freund von ihm wird die etwas undynamischere Gruppe, die gemütlichere Gruppe bleiben. Das will ich nicht sagen. Die Genießer. Ja. Also wir werden viele Spots in Istanbul abarbeiten, abfotografieren, weil wir einfach zwei Einheimische dabei haben, die uns an die besten Punkte führen. Wer in Portugal dabei war, der weiß, wie toll das ist. Wenn man jemanden dabei hat, der sich auskennt und mal dahin führt, wo man als normaler Tourist vielleicht nicht unbedingt hingeht. Ja. Und hier stehen die komplette Reise zur Verfügung. Ja. Und Ja, wir müssen jetzt keine große Werbung mehr machen. Die Istanbul-Reise zwei Plätze sind frei. Alles komplett durch. Ach, schon durch. Ja. Gut, da kann ich uns anderen viel Spaß wünschen. Eine Frage. El und ich sind ja zurückgetreten. Ist das schon mit berücksichtigt? Und ich glaube, noch jemand. Also es dürfte noch zwei oder vier oder drei oder vier Plätze geben. Also, ne, meines Wissens nach ist alles durch. Wir werden das aber nicht noch checken. Ja, genau. Wenn noch was frei wird, dann... Wir hatten ja auch schon eine Warteliste, Johannes. Ah ja. Auch wenn du leider keine Zeit hast. Ja, ne, das ist die Hochzeit von meiner Tochter. Ja, genau. Hatten wir ja schon eine Warteliste. Und die wollen nicht in Istanbul arbeiten? Die geht zur Mafia in Italien. Dann haben wir einen Workshop mit dem Herbert Peel am 24. und 26. also 24. 25. 26. Mai über drei Tage. Die Kunst des Szenes zeigt so der Herbert Peel seine Art der Fotografie. Ja, das ist auch sehr spannend. Da gibt es auch nur noch wenige Plätze. Ich glaube, zwei Plätze sind nur noch frei. Gut. Dann haben wir die Donnerstalks im Mai. Durch die Feiertage, was im Mai sind, haben wir leider nur zwei Donnerstalks im Mai. Das war einmal der 16.5. Da zeigen wir die Bilder aus der Istanbul. Weil wir da vielleicht nochmal schauen müssten, und ob wir das nicht noch eine Woche später verlegen, aber wir wollen uns nicht anschreiben, weil da bleibt immer ein bisschen Arbeit liegen und wenn man dann seine ganzen Bilder gesichtet hat. Ja. Das ist etwas knapp. Gut. im Juni ist da wieder der nächste Stammtisch. Ja, da seht ihr schon, da wird es schon ein bisschen weniger, weil das ist ja noch ein gutes, fast ein halbes Jahr hin. Und bis dahin kommen natürlich noch Workshops und so weiter dazu. und aber wir haben schon und was man natürlich nicht vergessen darf, jetzt kommen wir dann auch unsere Erlebnistage. Also die machen wir später. Und da sind wir natürlich, da planen wir jetzt schon vollständig. Ja, darum sind dann noch ein paar Lücken. Es wird auch noch Reisen nach Wetzlar geben und unsere zwei Sonntage in dem halben Jahr zum Fotografieren für die hiergebliebenen. Genau. Im Juni haben wir dann auch einen Workshop mit Mike Kroner wieder, der war ja auch das letzte Jahr hat er ja auch über uns drei oder vier Workshops gegeben. Und jetzt hat er auch wieder in diesem Jahr wieder am 7. Juni und am 8. Juni Also auch schon ausgebucht. Das ist auch ausgebucht, ja. Da müssen wir Mike klonen. Ja, ja. Da muss man nach Nürnberg ziehen. Ja, also die Donnerstalks im Juni, da stehen leider die Themen noch nicht fest, wie wir uns gerade besprochen haben. Genau, ja. Aber die ergeben sich ja auch nicht. Ja, ja. Jetzt kommen wir dann zum Juni, dann haben wir dann die Donnerstalks im Juni. Die Themen haben wir ja auch wieder. Ja, unseren Stammtisch, ja. Am 4. Juli wieder Stammtisch bei uns im Store und 26. 27. 28. 28. Juli sind dann die Erlebnistage und dann ist jetzt auch einiges geplant und dann möchte dann der Michel gebe ich das Wort an den Michel weiter. Michel, deine Erlebnistage zu den Erlebnistagen. Sehr gerne, was denn tut man mich jetzt groß sieht, aber ich habe keine Folien, ich habe nur ein paar Dinge zu erzählen, ich hoffe, man sieht mich jetzt da. Ja, also ich habe die Ehre, die Freude, das Vergnügen, die Aufgabe, wie auch immer, könnt ihr euch das vorstellen, die Moderation wieder zu übernehmen im Bau, da freue ich mich richtig drauf. Wir haben jetzt schon fast alle Referenten durch, also fangen wir an, zweite Erlebnistage, 26. bis 29. 7., das habt ihr schon mitgekriegt, wir haben ein paar Stammgäste, wir haben ein paar neue Gäste, sprich Vortragende und ich bedanke mich jetzt schon für die ersten Anmeldungen, also wir haben schon zehn Plätze weniger, also nur, dass ihr das wisst, ihr müsst euch jetzt schon beeilen, wenn ihr morgen noch Plätze haben wollt, könnt sein, dass das riskant wird, hier zu warten. Wir haben Pia Parolin und Karin Majoka und Daria Trotzkaya, drei Frauen, diesmal nachdem moniert wurde, dass hier nur Männer fotografieren, laut unserer Blase, das stimmt nicht, wir haben auch Frauen, Pia Parolin wurde heute schon erwähnt, die kommt auch nach Wetzlar, die hat letztens, wer bei den Erlebnistagen war, den Peter Kabe ein bisschen inspiriert mit ihrem Artikel, wir haben Karin Majoka, das ist eigentlich eine Analogfotografin, kann man ein bisschen nachschauen, ein bisschen künstlerisch vielleicht auch, aber analog, Daria Trotzkaya war schon da, hat Workshop gegeben, falls sich jemand erinnern kann, das war die Geschichte mit den Autos und mit Licht, sie wird vermutlich einen Vortrag halten zum Thema Fotografieren aus dem Hubschrauber, also Aerial, wie das so schön heißt, da hat sie Serien darüber, das könnte ein interessanter Vortrag werden. Peter Kabe hat fast zugesagt, wer ihn kennt, vielleicht einmal anstoßen, dass ich die friftige Bestätigung noch bekomme, den hätte ich gerne wieder und dann haben wir international jetzt Gäste, international ist gut, Pierre Parolin kommt aus Nizza extra hierher, aber Joe Greer hat ja die Ausstellung schon gehabt, kommt wieder, kommt zu den Erlebnistagen, wird einen Vortrag halten, wird aber auch einen Workshop geben, Streetwalk, Streetfotografie, da schauen wir mal, wie die Workshops dann genau heißen werden, wir kommen auch gleich zu den Workshops. Dann, Robin Disselkamp wurde schon genannt, wir hatten letztes Jahr Künstliche Intelligenz und Dir Vortrag so als Kontrastprogramm, diesmal habe ich mir überlegt, wir machen zwei Portraitfotografen. Wir nehmen einfach Robin Disselkamp als einen jungen, dynamischen, lauten, wilden Vertreter der Portraitfotografie und auf der anderen Seite hat Markus Keck zugesagt, der hängt glaube ich jetzt noch im Store in der Auslage, ich würde mal sagen, das sind so 180 Grad andere Portraits, Hot Couture, Hochglanz, Titel, Cover von irgendwelchen Illustrierten, das ist so eher die Welt, wenn wir das so beschreiben, von Markus Keck, die werden zwei kürzere Vorträge halten, gleich hintereinander, um mal zu sehen, wie zwei verschiedene Portraitfotografen an ihre Arbeit gehen. Und wir haben noch eine Sache, wo wir glauben, dass das spannend werden kann, Herbert Peel und Mike Kroner tun sich zusammen und halten den Vortrag gemeinsam. Über das Thema Fotografie, denn das sind auch zwei vielleicht verschiedene Kategorien, Herbert Peel, die letzten 50 Jahre, Reportagen, alles was irgendwie in der Presse war, hat er mitgekriegt, Mike Kroner eher weniger die Tagesgeschehnisse als künstlerische Fotografie. Also ich kann mir vorstellen, dass das spannend werden kann, die zwei in einem Vortrag zu haben. Das haben wir ganz grob, ich habe noch ein paar Anfragen, aber die würde ich ungern verraten, weil wenn die dann nicht kommen, dann ist das vielleicht eine große Enttäuschung. Was wir noch haben, wir haben natürlich wieder neben den geplanten zehn Vorträgen parallele Workshops. Da können wir jetzt noch nicht genau sagen, wie die Titel sein werden, wir wissen aber, es wird Joe Greer einen halten, wir wissen, dass Bia Parolin wahrscheinlich einen haben wird, wir werden wahrscheinlich einen haben mit dem Nürnberg Anbus Kollektiv zum Thema Streetfotografie, das schauen wir noch. Es könnte sein, dass wir sogar einen Sterne-Workshop, Astrofotografie-Workshop anbieten für diejenigen, die nicht schlafen gehen wollen, denn wenn man ein bisschen nachschaut am Kalender, die Sterne kommen im Juli erst, ja so gegen Mitternacht rum, könnte das ein längerer Tag werden, wer da noch mitmachen möchte. Und zusätzlich zu den parallelen Workshops haben wir dann noch eine dritte Schiene, nämlich, ich würde es jetzt nicht ganz mehr Partnerprogramm nennen, aber wir haben noch die Stadtführungen, die sich letztes Jahr sehr bewährt haben, war erstaunlich, wie gut die besucht waren, diese Stadtführungen leben wir, lassen wir wieder aufleben, werden auch in diesem Jahr stattfinden, was, wie und wie oft, das klären wir noch, das wird dann auf der Homepage stehen, das heißt, wenn ihr jetzt bucht, wisst ihr eigentlich noch gar nicht, was ihr bucht, also macht nichts, das Vertrauen in uns ist hoffentlich ein bisschen da. Ihr wisst, es wird gut. Und es war letztes Jahr genau so, das endgültige Programm war auch erst der Woche davor da. Wir haben die Teilnehmer auf 120 beschränkt, wir haben überlegt, machen wir 500 und gehen in die Messehalle, aber ich glaube, das war dann nicht ganz so gemütlich, wir wollen eigentlich dieses gemütliche Flair der Erlebnistage in Nürnberg behalten, nehmen wieder das Paul als unsere Vortragsräume und haben dann die restlichen Locations wie Store, wie die Gassenstraßen rund um den Store herum für die Workshops noch offen. offen. Ich denke mal, ich habe jetzt nichts vergessen. Chris, fällt dir noch was ein, was ich vergessen hätte? Ich denke, wir haben so alles durch, wir brauchen jetzt nur noch die Anmeldungen. Das richtige Hotel ist gut. Guder schreibt gerade, ja, vielleicht sollte man eines erwähnen, wenn ihr bucht, bucht vor allem das Hotel. Wir haben gleichzeitig die Badentage, denn die Stadt Nürnberg war der Meinung, wir sind ihnen egal, sie machen es trotzdem und wir konnten es nicht mehr verschieben. Wir haben letztes Juli Wochenende die Erlebnistage, vielleicht auch nächstes Jahr wieder an diesem Wochenende und wir nehmen keine Rücksicht auf die Stadt Nürnberg, die nehmen auch keine Rücksicht auf uns. Daher bitte ein Hotel buchen, jetzt schon, jetzt könnte das noch günstiger sein, das wird sicher auch vor allem ausgebucht sein. Fürth ist nicht ganz weit weg, auch dort gibt es Hotels, die mit der U-Bahn gut erreichbar sind, also auch in den Randbezirken von Nürnberg wäre das natürlich möglich und wir freuen uns, wenn ihr alle kommt. Ja, jetzt, sorry, hast du noch was Erzuckers? Dieses Baden-Treffen ist jetzt nicht unter dem negativen Aspekt zu sehen, weil es bietet jede Menge tolle Fotomotive, wenn ihr abends hier in Nürnberg unterwegs seid. Also das ist eine Bereicherung für die Erlebnistage. Nur ein kleiner Nachteil bei den Hotelpreisen. Wir werden Joe Greer und Bier und so weiter und auch die Street-Kollektiv- Workshops hier einfach die Baden mit einbeziehen und mal schauen, wie wir das organisieren können. Damit hätte ich eigentlich die Erlebnistage fertig. Es wird noch ein Newsletter rausgeben. Wir warten mit dem offiziellen Newsletter bis Sonntag. Am Sonntag werden dann auch alle informiert, dass es buchbar ist, die jetzt hier nicht wissen, dass es buchbar ist. Wir möchten also euch als Teilnehmer des Donnerstags einfach ein paar Tage Zeit geben, bevor es so richtig öffentlich wird. Das heißt, am Sonntag geht ein Newsletter raus mit dem Hinweis, jetzt kann man die Erlebnistage buchen, falls da überhaupt noch Plätze sind und ihr nicht schneller seid. Also denkt dran, ihr habt jetzt ein bisschen Vorkaufsrecht unter Anführungszeichen an der Stelle für die Teilnahme. Und jetzt ist die Frage an die Regie. Ich hätte jetzt noch einen Workshop, der aber erst im September oder so stattfinden könnte. Seid ihr schon so weit oder wollt ihr mir später nochmal das Wort geben? Regie? Ich hätte noch eine Frage zu den Erlebnistagen, bitte. Ja, gerne. Und zwar letztes Jahr habt ihr, wenn ich das richtig verstanden habe, ich konnte leider nicht dabei sein, am Abend vorher eine Vernissage gemacht. Das ist anscheinend nicht geplant, nachdem da der Donnerstag Fest stattfinden soll, oder? Genau, die Hotelbuchung für Externe, ja. Also wenn ihr Donnerstagabend mit einer Vernissage loslegt, braucht man einfach eine Nacht mehr. Naja, es war ja die kleine Vernissage bei dem Peter Kave, nicht für die große Galerie. Ja, da könnten wir uns auch schon noch was überlegen und unter Umständen den Donnerstag auch absagen für dieses, ja, für dieses Offline-Events sozusagen. Ja, das sehen wir dann noch. Genau, das wird noch eine Feinabstimmung. Aber es fängt ja Freitag früh um 10 Uhr schon an. Mit Bier Barolin. Ja. Und darum ist eh vielleicht ganz gut, wenn man von weiter weg kommt, so wie du, dass man die Nacht vorher schon da ist. Und es wird auch sicher irgendeine kleine Kleinigkeit wird im Store dann auch schon stattfinden. Also alles klar. Wir können jetzt schon zusagen, dass wir den Donnerstag am Donnerstag absagen werden und irgendetwas anderes am Donnerstag am Vortag quasi machen. Ich glaube, Sebastian oder Jan, das können wir, glaube ich, schon zusagen. Egal was es wird und wenn es nur ein Glas Bier oder eine Flasche Bier ist. Schon mal mit allen Protagonisten, die schon da sind. Genau. Wenn wir mal schauen. Also irgendwas wird passieren. Es sind vorher schon da und die können wir natürlich auch schön in den Donnerstag-Talk noch mit rein. Genau, Mike. Aber im Store findet dann schon auf alle Fälle Mietingred statt. Liebe Freunde, er sagt es zwar nicht, aber Mike Kroner reist jetzt früher an, wenn er Donnerstag schon am Abend da sein will. Er wollte, glaube ich, später kommen. Jetzt steht hier, es fällt uns was ein. Mike, du bist herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du früher kommst. Ja. So, wollt ihr weitergehen, Chris? Entschuldigung, da habt ihr noch Fragen zu den Erlebnistagen. Wir werden das jetzt sukzessive auch das Programm in Zeitslots einteilen. Wir verschieben gerade ein bisschen die Referenten, weil der eine nicht kann, der andere schon. Das wird gerade ein bisschen verschoben. Aber wir werden das sukzessive dann ergänzen auf der Homepage im Shop, da wo man die Karten bestellt. Dort werden auch die ganzen Zeiten und alles stehen. Da gibt er uns jetzt Zeit. Das verschiebt sich, befürchte ich, ein bisschen noch. So, sonst noch Fragen? Sonst würde ich zurück nach Nürnberg hier geben. Und ihr gebt mir dann später noch mal das Wort für diese neue Art von Veranstaltung, die wir noch planen. Ja, gerne. Danke dann. Danke für die Anmeldungen. Bis bald. So, wir haben ja nicht nur einen Store, wo wir recht aktiv sind. Wir haben ja auch noch eine wunderschöne Galerie. Die Olivia kann leider heute Abend nicht, weil sie krank ist. Ja, ihr wisst es ja, die Grippewelle geht im Moment um und dadurch sind auch wir hier ein bisschen dezimiert. Und wir haben ja gesagt, bleibt lieber zu Hause, bevor ihr den Rest vom Team auch noch ansteckt. Darum tut der Chris die Galerie mal vorstellen, was wir alles haben am Programm. Erstmal unsere beiden Galeristen. Galeristen? Galeristen, ja. Die Olivia und Uwe. Und die Olivia wird er dann auch mehr im Store sehen, wenn der Sebastian sich ganz nach Wetzlar verabschiedet hat, ab März. Dann ist er auch drei Tage im Store und zwei Tage für die Galerie zuständig. Und unser Kurator Uwe, der immer unterstützend bei der Lüge dabei ist. Ja. So. Das sind schon die ersten geplanten Ausstellungen. Ausstellungen, ja. 2024. Bei uns. Die genauen Termine, also den Audienwien zum Beispiel und auch die beiden, da stehen die Vernissagen noch nicht ganz fest. Da können wir mal auf die nächste Seite gehen. Aber dann auch andere spannende Gäste, wie jetzt zum Beispiel, ja, der Joe Greer, wo an den Erlebnistagen dabei sein wird. Da habe ich ja auch. Ja. Ich bin ja auch. Da auch, ja. Andreas Jans ist wieder dabei. Andreas Jans, ja. Ja, aber wenn es nochmal ein bisschen zurück ist, im Prinzip. Und links der One and Only Mike. Ja. Da bin ich verschweigend. Ne, geht nochmal kurz, gehen wir später runter. Im Prinzip, wir haben vier Ausstellungen ja immer pro Jahr. Ja. Ja. Und das sind die vier Ausstellungen. Und jetzt haben wir natürlich bei so großen internationalen Fotografen immer das Problem, den genauen Termin festzulegen, weil wir haben die natürlich schon gerne vor Ort. Wo brauchen wir bei der Vernissage? Ja, das hört sich an. Das ist auch bei euch interessant, was sie so zu erzählen haben und ihre Blickwinkel mal selbst zu erfahren. Und die Fotografen sind halt Künstler und nicht so geplant wie wir. Also das heißt, oft liegt es an den Fotografen, dass wir die Termine noch nicht festzulegen können. Genau. Und eine super Überraschung haben wir mit Black and White. Da wird der Künstler auch erst an der Vernissage bekannt gegeben. Ja. Muss man auch mal machen. Ja. Nennt sich das dann Blind Gallery? Ja, wer wirklich mal was Gutes sagt. Die Lichter bleiben auch aus. Ja, bleiben ja geleit. Ja. Erfahrungsfühle versinnen. Also wie schon, in dem Januar haben wir am 26., 27. den Artist Talk mit dem Andreas und der Anna. Der Andreas und die Anna haben ja zurzeit die Ausstellung Lucid Dreams bei uns. Und da wird jetzt der Artist Talk, der wo der Andreas und die Anna führen da euch durch die Galerie, erzählen was zu den Bildern, wie die entstanden sind und alles. Also es ist auch ein spannendes Thema. Und dann am 16.02. ist dann schon die erste Ausstellungseröffnung in diesem Jahr für Last Days of Georgian Nomads mit Natella, Natella auch den Nachnamen Riga-Valashivili. Hätte ich mich jetzt nicht getraut ausgesprechen. Dann im April, Mai gibt es dann die nächste Ausstellungseröffnung mit dem Aurelion Longo Ground Call. Wird dann hauptsächlich analoges Thema sein. Als kleinen Spoiler schon mal. Genau. Und dann noch Artist Talks, weil es sind dann noch im April, Mai geplant und auch ein Workshop mit dem Künstler. Die Details wird dann die Olivia oder besser gesagt wir nochmal bekannt geben dann. Genau. Ja. Genau. Und dann im Sommer ist schon nicht nur bei den Erlebnistagen was los, sondern auch in der Galerie. Da ist dann auch nochmal ein Workshop mit dem Joe Greer in München geplant. Vorsicht, kurz zur Ergänzung. Es ist ein Leica Store Nürnberg Workshop, der nach München führt. Genau. Also es ist kein Münchner Workshop, sondern den machen wir. Den macht der Store hier in Nürnberg und der Weg führt uns quasi nach München mit dem Joe. Dürft ihr gerne öfter machen. Vielen Dank. Finde ich gut. Wir treffen uns in Nürnberg, lieber Joachim. Lauft ihr nach München oder was? Weil sonst würde ich einfach hier auf euch warten. Mit dem Fahrrad. Nee. Der Joe Greer ist Läufer. Ja. Gut. Mal schauen, wer hinterher kommt. Herbst, Winter ist dann die Ausstellungseröffnung der American Dream mit Jason Kummerfeld und dann auch noch ein Analog-Workshop, der mit ihm stattfindet. Also wie gesagt, die Olivia gibt da noch oder wie gesagt, hier wieder die Details dazu, die Termine bekannt. Ja. Gut. Also auch in der Galerie seht ihr, es ist einiges los. Und die Aktivitäten im Leica Store Nürnberg werden nicht weniger. Auch wenn wir eine wichtige Person verlieren, die jetzt dann hier in der Mitte sitzt. Aber, ja. Die Aktivitäten für die ganze Leica-Welt werden insgesamt mehr. Genau, so ist es. Und Sebastian ist ja bei den Erlebnistagen die ganzen Tage da. Also auch schon an dem Donnerstagabend könnt ihr dann gemeinsam mit ihr schon die Sternenstabierchen... Aber wir wollten ja Sterne fotografieren. Wir wollten jetzt Sternhagel voll sagen. Wenn man die Sterne sieht. Ja. Gut. Wir können ja Sternhagel voll fotografieren. Ja, haben wir auch die zwei Milchschlagenstraßen. Wir machen dann offenblende ich Noctilux M-Focusing-Workshop bei drei Promille. Gut. Kein Problem, du stellst die ISO-Zahl höher und hast die Milchstraße. Ja. Jetzt, bevor der Michel noch seine Neuigkeiten vorstellt, wollten wir eigentlich ja unser gesamtes Personal vorstellen. Allerdings, die Galerie hat es ja schon mal erwischt mit den Erkältungen. als Influencer oder so. Nennt man das. Aber im Store-Personal haben wir natürlich noch bis Ende Februar unseren Sebastian. Den kennt ihr ja alle ausführlich. Und der räumt jetzt mal den Platz. Genau. Ja, was wissen wir, schaut euch die Donnerstalks an, die wir zusammen gemacht haben oder hört den Podcast von Michel. Da gibt es viel zu erzählen. Ansonsten sehen wir uns Ende Februar auf jeden Fall, ich gehe noch mal. Ja. So. Wer brauche ich jetzt? Jetzt, äh, naja, mit dem Andi. Mit dem Andi. Ja. Warte, nee, hast du ausschalten lassen? Ja, jetzt vor allem. Der Andi muss erst mal, halt mal da deine Pfote da drunter, damit hier mal jeder sieht. Na. Unter die zwei. Ja. Ja. So, ja. Das war, äh, warum hast du das machen lassen? Das war ja klar, kurz nachdem du da bei uns angefangen hast. Das war die Bedingung, dass du ihn aufnimmst. Ja, du hast es ja schon gemacht, dass ich länger bleiben darf. Da war noch nicht einmal die Probezeit abgelaufen. Ja. Da war schon die M auf die Hand tätowiert. Ja, hat mich dann doch das, der Virus gepackt. Nicht nur als Hardware, sondern auch als Bildwehr. Ja. Ja, du hast schon einige Tattoos. Die wollen wir jetzt natürlich nicht. Nein. Aber, ja, ist ja so in der Leica-Welt nicht so weit verbreitet, muss man dazu sagen, mit den Tattoos. Die Teule von den Blutruß den Durchschnitt da schon gut nach oben. Aber jedem Menschen, wie es ihm so gefällt. Ich habe sie auch schon ein bisschen länger, seit 1981. Ja, wie bist du zur Fotografie gekommen? Ja, ich hatte ja schon immer eine Affinität dafür. Ich habe zwar Schmied gelernt erst. Und habe dann... Schmied? Hufschmied? Kupferschmied. Kupferschmied. Und habe auch ein bisschen Werkzeugschmied gelernt dann bei der MAN. Ja, auch. Und habe dann 1989, 1990 einen Fotografen kennengelernt, der ein Fotostudio hatte, einen reinen Porträtfotografen. Und er hat meine Arbeiten gesehen und dann gemeint, ob ich nicht Interesse habe, er möchte schon gerne Reifere, er möchte keine jungen Lehrlinge haben, er nimmt schon immer eine, wo er erfahrener sind. Und dann hatte ich die Chance, bei ihm zu lernen und habe das dann drei Jahre gemacht. Ich habe dann die Gesellenprüfung als Fotograf abgelegt und noch ein bisschen Laborant, weil ich ja nicht wusste, wo die Reise hingeht. Und so ist das dann gestartet mit der Fotografie und bin bis heute dabei geblieben. Ja, also gute über 30 Jahre Berufserfahrung, sozusagen. Aber halt rein handwerklich. Das Digitale kam dann erst später hinzu mit der digitalen Bildbearbeitung. Da musste ich wirklich noch mal in die Bresche. Habe dann vom Arbeitsamt die Chance bekommen, fast zwei Jahre lang eine Fortbildung als Multimedia, als ein digitaler Bildbearbeiter. Da hatte ich ja 1600 Stunden Photoshop und es war Vollzeit, acht Stunden am Tag, ich glaube über eineinhalb Jahre. Und hatte dann ein Stipendium halt als Bildbearbeiter, dass ich das vereinen konnte, weil ich habe ja rein analog gelernt. Bei mir gab es ja nur das chemische Verfahren und das digitale Verfahren musste ich mir ja dann schwer erarbeiten. Und da haben die mir geholfen, weil das so nicht vermittelbar ist. Du bist damals, wie die digitale Fotografie so richtig ins Rollen kam, musstest du ja da drauf auf diesen Zug fährt, um da am Ball zu bleiben. Jetzt geht es ja auch wieder ein bisschen zurück. Man merkt ja, dass die analoge Fotografie wieder fußfest ist. Also nicht jetzt so stark, wie es mal war, ist klar. Aber man merkt schon, dass die Leute was in die Hand nehmen möchten, was anfassen möchten, auch mal ein Bild sehen möchten. Das kannst du zwar digital auch, aber du magst es analog eher mehr, dass du mal ein Laborbild sehen möchtest. Und da können wir ja auch eventuell noch was beitragen. Der Jan hat ja auch eins der gut ausgestatteten Labore hier in Franken. Und da können wir sicherlich mal was machen, dass man auch einen Schnuppertag macht, wie man Papier entwickelt, wie man einen Film entwickelt, wie man sein Bild sieht, wie es entsteht. Das wird es ja auf den Erlebnistagen geben. Ja, da wird es es auch geben. Sodass man merkt, es ist schon ein ganzheitliches Erlebnis, wenn man einen Film einlegt, wenn man fotografiert, den Film entwickelt, das dann projiziert auf ein paar Ripppapier oder auf ein gutes Trägermaterial, dann in den Entwickler legt und sieht auf einmal, wie das Bild kommt. Und dieser Wow-Effekt, der hat mich schon immer gefesselt, wenn du dann die Laborschale bewegst und plötzlich erscheint dein Bild. Und dann fixierst du das, hängst es auch und du kannst es was in die Hand nehmen. Und das finde ich, die ganze Fotografie macht es dann erst richtig interessant. Du kannst digital natürlich auch ausdrucken, aber es wird halt nicht so häufig gemacht, wie bei den Analogfotografen, dass sie das dann aufs Papier bringen. Ja, und jetzt bin ich ja bei Leica gelandet, beim Jan und beim Leica Store Nürnberg und mit dem Chris. Und wir wollen halt so eine Mischung machen, dass wir den Kunden auch ein bisschen aus unserer Erfahrung heraus erzählen und sagen, wo es uns auch immer darauf angekommen ist. Vielleicht findet man Parallelen, wo die Reise auch für den Kunden hingehen soll. Und ich denke, wenn man ein bisschen mehr auch in der analogen Materie drin war, kann man aus diesem schöpfen. Man kann aus allem schöpfen, aber nach 30 Jahren hast du halt jede Ecke schon mal berührt und dann kann man da ein bisschen was drüber erzählen. Und da fühle ich mich gut aufgehoben und wir haben auch tolle Kunden, die uns auch voll annehmen, wie wir da auch sind. Genau, ja. Weil wir sind ja alle eigene ständig Charakteren. Und das macht uns aus, dass wir so eine Vielseitigkeit haben. Ich bin ein wenig aufbrausender Typ und auch ein bisschen vielerzählender Typ. Der Chris ist der, wo wirklich sehr intensiv in die Thematik reingeht, aber das halt bewusst und langsam macht und sehr gewissenhaft und genau. Und ich bin halt einer, ich muss immer meinen, der muss das schon verstanden haben, der Kunde, und drücke ihm dann mein ganzes Wissen rein und habe das gar nicht so richtig von A nach B nach C transportiert, sondern ich gehe mir nur davon aus, jetzt weiß er schon, was ich da sage. Und da habe ich ein wenig meine Defizite, aber das wird man mir verzeihen. Ja, jeder Mensch ist individuell und der Unterschied zwischen uns beiden, wir sind ja mehr so die Verkäufer und dem Chris ist, der Chris überlegt erst und redet dann und wir fangen an zu reden und überlegen dann, was wir eigentlich erzählen. Ja, wir haben es ja schon im Kopf. Wir meinen, das hat der andere schon verstanden. Ja, ja. Und dann passiert es halt, dass wir davon ausgehen, das ist alles klar und gehen dann schon ins nächste Thema, obwohl wir das noch gar nicht so richtig aufklabustet haben. Ja. Aber ich glaube, das ganze Roundabout-Package, was wir da haben, mit allen unseren Füben, was wir sind, machen das Ganze auch interessant bei uns. und ihr seht ja, was wir alles auf die Beine stellen und wir wollen ja, dass ihr da mitgeht und mitgezogen wird, auch unsere Euphorie spürt, dass wir das von Herzen machen und nicht nur machen, weil das unser Job ist. Es ist natürlich ein Job, wo wir auch leben müssen davon, aber wir machen das von da innen raus. Nicht nur, dass es ein Job ist. Wir nehmen das auch mit einer Pause. Wir schalten das dann auch nicht ab. Man kann das ja nicht abschalten. Wenn du was liebst und lebst, ist es was Ganzheitliches. Du kannst nicht einfach in den Schlüssel herumdrehen und sagen, jetzt ist das weg. Sonst kannst du das nicht. Ja. Dann machen wir auch das Weichalogen auf der Linie weiter. Da, wo mein Papa ist. Also ihr seht, das ist ein ganz einheitliches Gemälde. Zum Glück spart er das Gesicht noch aus. Da hat er sein Bart. Gut, aber man sieht, der Vater hat schon eine Ähnlichkeit mit dir. Ja, oder andersrum. Gut, vielen Dank, Andi. Ich mache mal einen Platztausch und lass uns ja kütteln. Ja. Ja, hallo. Ich bin die Kasia und ich bin jetzt auch schon fast zwei Jahre dabei. Es hat erst mal nur mit einem Praktikum angefangen und dann habe ich auch schon meinen Betrag unterschrieben, habe die Ausbildung hier angefangen. Bin jetzt schon mittlerweile in meinem dritten Ausbildungsjahr. Ja, genau. Und wie ich zu der Fotografie gekommen bin, also war eigentlich schon immer eigentlich ein Teil meines Lebens, weil meine Mama es immer sehr geliebt hat, alles zu dokumentieren. Hat auch mit der analogen Fotografie angefangen. Wir haben auch noch sehr viele Alben zu Hause mit allen Bildern. Also wahrscheinlich viel zu viel. Und dann, also hat sie ja mit analog angefangen, dann bis zur digitalen Fotografie. Und irgendwann hat meine Mama sich überlegt, das dann auch beruflich zu machen. und ist jetzt auch selbstständig als Fotografin unterwegs. Hat ihr eigenes, also kein richtiges Fotostudio, aber sie macht viele Fotoshootings. Und genau. also das hat mich dann auch teilweise beeinflusst. Aber auch, weil ich schon immer wie soll man sagen, also von Kunst begeistert eigentlich. Und deshalb bin ich dann an die Forst gegangen, in die Richtung Gestaltung. Und da hatte ich dann auch irgendwann was mit Fotografie zu tun. Und das hat mich dann auch noch weiter begeistert. Und wenn ich dann mit der Forst fertig war, habe ich überlegt, was ich weitermachen kann, und dann bin ich hier gelandet. Also die Forst ist ja die Fachoberschule. Genau, ja. Das ist im Prinzip von Realschule zum Abitur. Ja, genau. Also ich habe kein allgemeines Abi, sondern nur Fachabi, aber genau. Zählt das dann genauso beim Studieren, oder kann man da noch eine Frage stellen? Also das ist dann ein bisschen begrenzt. Also dann kann man sich nur mit einem Zweig bewerben. Außer man könnte dann noch zusätzliches 13. Jahr machen, auch an der Forst. und dann hätte man auch das allgemeine Abi machen können, aber ich habe mich dann einfach nur für das Abi-Mittel in die Richtung Gestaltung entschieden. Also man sieht auch schon die Mutter ist schon Fotografin, also auch schon in die Wiege gelegt gekriegt, sozusagen. Kaum war mal ein Baby, hat man schon die ersten Bilder von sich gehalten bekommen. Ja, was das eigentlich auch drauf und die Ausbildung, die du genau machst bei uns? Genau, das ist die Fotomedienfachfrau. Genau, das dauert auch drei Jahre. Ich habe es ein bisschen verkürzt, weil ich ein bisschen später angefangen habe, also ab März 2022. Genau, aber normalerweise dauert es drei Jahre. Ja, bei diesen sind es halt drei, 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 sozusagen. Das ging ja durch das Fachabitur. Genau. Aber, und die Besonderheit eurer Berufsschule ist ja in Kiel. Ja, genau, also vorher war die auch hier in Nürnberg, die hat ja auch der Chris abgeschlossen und dann wurde die aber zugemacht und wurde nach Kiel verlegt. Also die Schule gab es jetzt schon in Kiel, aber dann wurden wir hier aus Bayern nach Kiel geschickt. Genau, das heißt, vor zwei Jahren war dann die hat leider die Berufsschule, da gibt es zwei Berufsschulen in Deutschland, die den Fotomedienfachmann und Fotografen gleichzeitig ausgebildet haben und da gab es leider im Süden von Deutschland nicht mehr genug Auszubildende und deswegen wurden dann die Klassen zusammen gemacht und dann nach Kiel in den Norden verlegt. Missionare gab es schon immer und die braucht auch der Norden insofern viel Erfolg dort. Also im Prinzip der Fotomedien heißt das Fachmann oder Kaufmann? Fachmann. Und Fachfrauen natürlich, die wird in ganz Deutschland in Kiel unterrichtet. Genau, das heißt das sind glaube ich zwei Klassen so knapp 50 Personen oder? Naja also die Klassen sind deutlich kleiner also naja bei meiner war es anfangs 15 dann ist die noch ein bisschen kleiner geworden aber die Klassen werden auch eigentlich immer kleiner Ja unser großer Valentin ist ja jetzt gerade oben in Kiel Genau das konnte er nicht dabei sein wird da gerade Kiel geholt und er wäre ja dabei wenn er in Kiel wäre aber die Berufsschule die macht da gerade einen Ausflug nach Hamburg und darum ist er da auch noch unterwegs in Kiel im Wohnheim hätte er sich natürlich zuschalten können also er lebt ja da oben danach im Internat und hat dann immer Schulblocks mit sechs Wochen mit vier bis sechs Wochen manchmal acht Wochen genau da möchte ich jetzt auch weil er nicht da ist auch noch kurz was erwähnen über unseren Valentin Ah ja und im Sommer bist du fertig mit der Ausbildung Genau also ich habe jetzt noch einen Block vor mir Ende Februar März das war dann der letzte Schulblock danach kommen schon die Abschlussprüfungen im April danach noch Juli die letzte dann die mündliche Prüfung und dann war es dann das mit der Berufsschule Gut Wenn ich nochmal kurz was zur Rolle von Kascha sagen kann also der Anni hat ja vorhin über das voll umfassende Team gesprochen die Kascha gesagt sie hat erst mal ein Praktikum bei uns gemacht und dann gucken wir uns die Leute normalerweise eine Woche an und wir haben damals gesagt die Kascha ist sehr ruhig und vielleicht nicht so geeignet für den Beruf aber irgendwas war da und dann habe ich sie gebeten noch eine zweite Woche zu machen und dann haben wir das ein bisschen mehr rausgekitzelt und das hat sich bewahrheitet die Kascha hat jetzt im Prinzip die Rolle ist wirklich das Backup im Hintergrund die beiden Jungs haben unheimlich viel zu tun und die Kascha sorgt einfach dafür dass der Laden im Hintergrund geordnet weiterläuft sie ist absolut zuverlässig hier muss man nichts zweimal sagen super Auffassungsgabe und wenn man sich dann mal dreist es nachzufragen ob das schon erledigt ist dann kriegt man die Antwort schon längst also absolut kompetent gut und man muss ja auch sagen so jemand braucht man auch im Store der ein oder andere hat vielleicht auch mit der Kascha schon telefoniert weil wenn die Verkäufer draußen an der Front sind da muss jemand da sein der auch den Ruhepol hat weil man muss ja sagen so gute Verkäufer wie der Andi die haben auch immer Nachteile muss man ganz klar sagen erstens richtig gute Verkäufer sind richtige Schlampe die lassen immer alle stehen und liegen weil sie ja geistig schon wieder beim nächsten Kunden sind oder sich das Problem vom nächsten Kunden so und da brauchen wir dann auch immer jemanden der hinterher räumt und das macht die Kascha auch ganz gut und dann hält der Andi sich auch immer schön also das Team passt da schon ganz gut zusammen ja es ist wie ein Puzzle wir greifen ineinander rein und dann wird der Bild raus und so ist es gemacht und der Valentin ist ja auch noch mal sagen genau jetzt der Valentin hat ihn ja schon ein bisschen geimpft aber ich will bloß eins noch zum Valentin sagen das möchte ich erwähnen bevor es unter geht der ist ein unwahrscheinlich hochintelligenter junger Mann der hat nicht nur ein sehr gutes Abi der hat tatsächlich jetzt die 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 Berufsschule mit 1,0 in allen Fächern absolviert und es ist glaube ich einzigartig gewesen auch in Bayern 1,0 in jedem Fach zu haben das heißt dem läuft es da einfach so von dem läuft es einfach so ja hattet alle Geld ihr konnte die lehrer bezahlen und der war nicht diesen Ordnungsdrang wie die Kascher hat ich habe den ja auch nicht der Valentin ist da eher schon ein guter Verkäufer der lässt es auch gerne liegen aber er hat in der Birne und gleicht es dadurch extrem aus und somit ist jeder von uns irgendwie anders behaftet und macht das ganze grautfett ich glaube jetzt kommt der Christ ach der Valentin kann er sich zuschalten nein aber dass man wenigstens ich meine wir sind visionell und wir haben gerade mal schnell ein Vorder rein naja nur dass er das sieht er hat wenigstens die richtige Kamera das ist unser kleiner größer wie alle anderen im store und was mal auch zu erwähnen ist wir sind alle M Fotografen ja die einzelne waren nicht warum der griffner doch SL ja natürlich zum fotografieren M zum video filmen SL genau also unser Valentin wie wie gesagt der ist gerade in der berufsschule der braucht noch ein jahr länger wie die kascher viel aber die einzige Ausnahme die wir eigentlich haben von unserem gesamten Store Personal sonst haben alle bei uns die Ausbildung gemacht genauso wie die Olivia die hat vorher auch Foto Medien Fachfrau gelernt und genauso wie der Chris die haben auch alle das bei uns gelernt und genauso wie der Sebastian nur ich habe nicht bei uns gelernt aber ja ein Schlaf gut zu sagen du hast ja schon die Ausnahme aber selbst hier der Chris aus Pött der war auch einmal eine Lehrling von mir wie viel Chris haben wir gewernt haben wir haben den Leica Chris wir haben den Analog Chris und in der Digitalisierung haben wir auch noch einen Chris in jedem Betrieb haben wir einen Chris jetzt kommen wir mal zum Chris zum neuen Store Manager er hat ja den Vorzug erhalten gegenüber dem Andi muss man ganz klar sagen weil der Andi hat das bessere Fachwissen das fotografisch bessere Wissen aber so ein Store Manager braucht auch noch so ein organisatorisches Geschick ja und ein gewisser das hat mich rausgebracht muss natürlich das organisatorische und er muss auch in vielen Sachen genau arbeiten weil er muss ja auch die Zahlen für den Steuerberater vorbereiten und täglich schon die ganzen Rechnungen rüber mailen wenn die Steuerberaterin anruft muss das alles so machen alles was keinen Spaß macht ja und da muss man ganz einfach sagen da haben wir Sebastian und ich haben ja auch den Store Manager gemeinsam rausgesucht und da haben wir gesagt naja der Christ der kann das der arbeitet so gewissenhaft und bei den Zahlen da geht es ja das sind ja riesengroße Zahlen das sind ja die Umsätze sind ja Millionen die der Leica Store in Nürnberg macht und da sind kleine Fehler die kosten dann schon richtig Geld und darum haben wir dann entschieden um das ganze Gefüge zusammenzuhalten ist dann so ein ruhiger Mensch wie der Chris dafür besser geeignet obwohl der Andi vielleicht das bessere fachliche hätte vielleicht auch das bessere verkäuferische aber das eine schließt leider und das habe ich in meinem ganzen Leben und ich bin jetzt schon über 40 Jahre im Einzelhandel und im Verkauf die Bombenverkäufer konnten solche Aufgaben eigentlich nie erledigen weil sie dafür und darum ist dann der Chris auch der neue Store Manager geworden und besonders weil wie lange bist du jetzt bei uns schon Chris mehr als fünf Jahre schon hat bei uns gelernt wie fast jeder und auch die beste Prüfung Bayern sogar gekürt worden das muss ich sagen gekürt dass er beste Prüfung Bayern Ich habe das auch gehabt in Hessen Meisterpreis der Nummer das muss man 99 du hast ja aber Chris hast bei uns gelernt Fotomedien Fachmann wie war es eigentlich in der Lehrzeit erzähl mal in der Lehrzeit also das war das war sehr interessant also ich habe angefangen 2018 bin ich zu euch gestoßen im August hatte ich noch ein Praktikum gemacht über Anfang über des Monats und dann habt ihr das nach der Woche war schon überzeugt gewesen dass ihr mich gerne behalten würden und dann haben wir das verlängert bis Ende des Monats und ab September habe ich dann meine Ausbildung angefangen und ich habe mich einfach richtig wohl gefühlt also es war familiär es hat so eine richtige Freundschaften draus entstanden trotzdem John muss man schützen genau der John war ja auch zu der Zeit als ich gelernt habe war er noch in seinem letzten Jahr 2018 2019 und genau da habe ich mich mit ihm auch super verstanden auch privat viel zusammen gemacht auch mit dem Sebastian dann alles mögliche also das hat das hat alles menschlich zusammengepasst deswegen habe ich mich genau so wohl gefühlt ja und aber du bist einer der wenigen die fotografisch noch gar nicht vorbelastet waren oder nicht viel nee also ich habe natürlich Analogzeiten habe ich auch durch meine Eltern und meine Großeltern noch miterlebt in meiner Kindheit aber dann bin ich schon früh also mein muss dazu sagen mein Onkel hat mir 2001 oder 2002 schon eine Digitalkamera geschenkt das war Olympus 1,4 Megapixel war meine erste Kamera damals gab es 2009 gab es noch nicht so viel mein Onkel hatte eine Werbeagentur und hatte dann viel damit gemacht und dann hat es nicht mehr gebraucht und hat sie mir geschenkt also das war mein erster Einstieg in die Fotografiewelt aber dann nach in der Kindheit nach der Kindheit in meinen Jugendjahren habe ich das Fotografieren eigentlich kaum noch betrieben höchstens seit wie es wahrscheinlich die meisten machen auf dem Smartphone oder sowas Bilder gemacht aber jetzt dann habe ich 2016 habe ich mit meinem Bruder zusammen eine Sony angeschafft hauptsächlich aber zum Videofilm weil ich mit ihm damals Videos gedreht habe unter anderem für YouTube haben wir dann also mein Bruder ist ein leidenschaftlicher Koch und ich habe das dann aufgenommen zusammengeschnitten und dann haben wir es auf YouTube hochgestellt und so war das so der Einstieg für mich in die Fotografie Videografie aber hauptsächlich war ich mit der Videografie beschäftigt die Videografie ist ja auch ein großer Punkt den wir eigentlich immer vergessen und die meisten uns denken ja auch immer nur ans fotografieren mit den Kameras und weniger ans Filmen und dadurch kam natürlich auch gleich die Liebe zur SL2S zu SL2S als sie dann rauskam habe ich gleich in Sebastian gefragt ob ich mir eine anschaffen darf über den Store und dann bei uns erst aus ausgelernt 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 wie die SL2S rauskam oder kurz danach dann kann der natürlich mit Objektiv noch 6-7000 Euro auf den Tisch legen sondern die dürfen das dann immer nach und nach abbezahlen in geringen Beträgen so dass denen nicht weh tut das die 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 nächsten 200 Jahre nicht also weil die Firma das einfach oder ich sage dann einfach ja wenn die sowas verkaufen dann müssen die damit auch fotografieren ja ich finde es ein ganz tolles Konzept mich nervt es immer wenn ich irgendwo im Restaurant bin und das Personal hat nie den eigenen Wein hat nie die eigene Küche probiert und das hat mich am Leica Store Nürnberg immer schon begeistert dass jeder und jede da diese Dinger selber in der Hand hatte selber damit arbeitet das ist echt ein Alleinstellungsmerkmal ja das ich finde das ganz wichtig weil man kann nicht verkaufen was man gar nicht selber nutzt und die Leica ist ein Luxusprodukt muss man ganz klar dazu sagen aber Luxusprodukt was werthaltig ist und wo auch was dahinter steckt ja und wenn man das erste mal anfasst ist das eigentlich schon ja und wir haben aber auch genau die Gegenteile erlebt und ich kenne ja auch den durch unsere Digitalisierung wo wir über 300 Fotohändler beliefern sehe sehe ich das wie es wie es in anderen Fotoläden zugeht wie zum Beispiel war das so mit John hatten ja mal die Berufsschüler in der zweiten oder in der dritten Ausbildungsklasse hatten die eine Ausstellung bei uns müssen natürlich alle mit Leica fotografieren die haben dann von uns viele gekriegt Leica hat noch ein paar zur Verfügung gestellt und das Lustigste war vom größten Münchner Fotohaus was es heute immer noch gibt nur unter einem anderen Besitzer aber unter dem selben Namen da kam dann der Azubi an im dritten Lehrjahr und sagt endlich darf ich mal eine Leica anfassen weil bei unten im Laden in München da ist die Leica Vitrine immer abgesperrt und ich darf da nicht hinfassen und sowas finde ich halt erschreckend und ja und dadurch kommen die halt rein mit Chris Zucker WDSL und Videotechnik aber er kennt sich ja auch mit den Analogen aus mit seiner M6 genau M6 habe ich auch noch ja ich glaube da hat es mich 2018 weil auch der John ja so ein starker Analog Verfacher Verfächer ist hat er mich hat mich dann das Thema so ja so mitgenommen auch dass ich mir auch dann eine M6 angeschafft habe und das war noch zum richtigen Zeitpunkt das war die beste Anlage zu dem Zeitpunkt sich eine M6 zu kaufen Apropos M6 das ist zwar noch top secret aber wir sind dabei dass man auch die alten Belichtungsmesser von der M6 analysieren kann weil wir wissen jetzt woran der Fehler liegt und versuchen gerade das Teil nachfertigen zu lassen also auch da gibt es hoffen ja dann warst du natürlich oft bei Leica zu Fortbildungen hast auch wir haben die Flowbox von Leica um kleinere Reparaturen Sensorreinigung Belederungen haben wir ein Hebelchen austauschen und so weiter zu machen die Zertifizierung hast du auch von Leica ist kürzlich unten September seit September sind wir zu dritt Sebastian ich und die Kasche runtergefahren oder oder besser hoch in den Norden und haben uns zu zentifizieren lassen aber Andi kann das auch hat er auch im ZNH wunderschön beledert also machen wir eine Million schade es ist ja wieder das weil wir das lieben und weil wir das lieben und dann haben wir auch keine Scheu davon zu machen wir machen es ja mit Ehrfurcht und dadurch klappt es auch wenn das jetzt bloß so herzlos machen würde das würde ich es nicht machen wollen so eine teure Kamera zu enthalten und dann wieder neu zu beledern es ist nicht ganz einfach weil wenn du ziehst am Leder hast du schon ich sage jetzt mal den Spaltmaß wie beim Auto musst du auch beachten du hast ja überall Anschlagskanten auch Tasten wo du ja ausgeschnitten hast und wenn du das Gefühl ein bisschen überpast dann zieht es ein wenig in die Länge und das Leder geht mit und geht nicht mehr zurück weil das klebt ja dann an das heißt das muss man schon sehr gewissenhaft machen das ist ja ein flexibles Material wie das Vulcanit man hat ja nichts billiges in der Hand genau was ja serienmäßig auf den Kameras drauf ist das ist doch mal ein interessantes Thema für den Donnerstag welche Reparaturen oder welche Handwerken Tätigkeiten machen dann genau das müssen wir ja dann bloß das müssen wir dann verobern an der Flowbox natürlich ja livebetrieb vorhin war noch eine Frage macht deine Mutter dann Porträtaufnahme ja macht sie also sie macht was naja also sie macht Porträt allgemein auch so Familien Fotoklotings auch Baby Bilder Schwangerschaft also alles mögliche ja und hochzeitlich auch so gedacht naja wir tun was als Auszubildender macht man immer so ein bisschen seine Witze und haben immer früher so gesagt naja wir müssen jetzt mal so so eine Serie anbieten Verlobung Hochzeitscheidung zur Dreier Serie muss gleich am Anfang bezahlt werden ja ja jetzt habt ihr uns mal so so ein bisschen kennengelernt hinter den Kulissen genau was bei uns alles so hinter den Kulissen ist leider nicht ganz vollzählig normal wären noch drei mehr da ja aber da seht ihr so ein kleiner Leica Store hat auch schon Personal und wir sind nicht äh überbesetzt ja sondern äh das ist eigentlich genau die richtige Menge und es können auch nicht zwei gleichzeitig in Urlaub gehen ja also die das Personal brauchen wir auch schon und was man auch sagen muss muss man jetzt fast so sagen man sieht es an den Ausfallquoten da haben wir nämlich fast keine das liegt daran weil wir wirklich mit Herzblut oder Sache sind und dann hast du auch nicht solche Ausfälle wie der Chef äh sich glücklich schätzt und dann gibt es andere Firmen wo die Leute halt nicht so gut gezogen und mitgezogen werden von Chef und mit reingenommen werden in das Geschehen die sind dann mehr desinteressiert und dann fallen die öfters mal weg und dann hast du ein Loch weil wenn jetzt einer von uns zwei weg ein Loch und dann das eine ist Untertitelung des ZDF, 2020